Mit diesem Video werden wir eine der wichtigsten Gleichungen der ganzen Physik kennenlernen. Die newtonsche Bewegungsgleichung, die den Kern der Mechanik bildet. Wir benötigen dafür nur noch einen Bestandteil. Lässt man einen Föhn gleichlang auf einen Tennisball und einen Tischtennisball einwirken, so sind die Zusatzgeschwindigkeiten sehr unterschiedlich. Während der Tischtennisball stark abgelenkt wird, also eine große Zusatzgeschwindigkeit erhält, erhält der Tennisball nur eine kleine Zusatzgeschwindigkeit. Das heißt, umso größer die Masse des Balls ist, umso kleiner ist die Zusatzgeschwindigkeit. Gemeinsam mit dem vorigen Video führt dies zu drei Beziehungen. Je größer die Einwirkungsstärke der Kraft F ist, desto größer ist die Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Je länger die Einwirkungsdauer Delta T ist, desto größer ist die Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Je größer die Masse M eines Körpers ist, desto kleiner ist die Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Dies führt zur newtonschen Bewegungsgleichung, F mal Delta T ist M mal Delta V. Das heißt, wenn auf einen Körper eine Kraft F ausgeübt wird, so erhält dieser eine Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Die Richtung der Kraft und der Zusatzgeschwindigkeit sind gleich. Die newtonsche Bewegungsgleichung sieht man oft auch in folgender Form. F ist gleich M mal Delta V durch Delta T. Aus der ersten Woche wissen wir, Delta V durch Delta T bezeichnet die Änderung der Geschwindigkeit, also die Beschleunigung A. Daher schreibt man auch, F ist M mal A. Die Einheit der Kraft ist Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat. Man bezeichnet sie auch mit einem N für Newton zu Ehren von Isaac Newton, der diese Bewegungsgleichung bereits vor über 300 Jahren beschrieben hat. tub Pf s alltäglicher Beziehungsbedrug Beziehungsbedrug